Hallihallo, meine lieben Freunde, Fallensteller Und damit heiße ich, komm zurück Ah, Mann, wie ist Boshy Ähm, ich muss mich nochmal entschuldigen für die Also für die Qualität meiner Stimme in der letzten Aufnahme Weil, äh, falsche Aufnahmen sind einfach falsch Ähm, ja, ne Und ich denke mal, dass das jetzt besser ist Ich, ja Hoffe auch, dass das zumindest für Säulegründen jetzt die letzte Aufnahme wird Ich hab, ach, ach Langsam, aber sicher, ne Langsam, aber sicher, nervt es uns schon ein bisschen Außerdem wollen wir auch ein bisschen aus dem Prott kommen Das heißt, wir machen einfach Fröhlich weiter Schalala Und gucken, was sich so ergibt Ich weiß noch nicht, ob ich das so mache Wieder mit dem Zusammenschneiden Wie möglich ist das Wow, 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 wow Bin ich langsam reagieren Scheiße Sau sozial, der Junge Sau sozial Kaum sage ich das Spawnt er einfach mal in mir drin Äh, das ist so So ein Rotz, ey Scheiße Nein, ach, was war das denn Äh, ich dachte, ich wäre schon tot Und dann bin ich doch nicht tot Und dann bin ich tot Manchmal, ja, genau, ist richtig Oh, ey Jedes Mal Das könnte ja so schön sein Aber nein Jedes Mal Bummst mich ein Strahl von oben Was war das denn jetzt? Spar ich von Mario Nein, was war denn das? Schon wieder Oh Er macht den bekifften Doppelsprung nicht Oh mein Gott Nein Und das passiert mir auch immer wieder Dass ich diese bekifften kleinen Kacksprünge nicht hinbekomme Weil, nee Einfach so oft hintereinander Das ist, äh, dämlich Hey, hallo Explodierst du vielleicht irgendwann mal? Bitte Für mich Ja Das war wieder scheiße Jetzt kommt noch so ein letzter Ja Wie hätte ich das wieder machen sollen? Das ist auch so eine Verarschung Da musst du mal was dran machen, Zolli Und das geht nicht Weißt du? Wenn er genau dann explodiert Wenn er seine hässlichen Oder sein hässliches, äh Feld da wieder produzieren will Dann macht er da irgendwie so eine scheiß Scheiße draus Und das überlebt du in 90% der Feld Dann auch wieder nicht Ey, Zolli Und ich fühle mich gleich Verarscht Nur so ganz leicht Nein Oh Gott Das war wieder so knapp Und ich, ich glaube, ich glaube auch zielstrebig Bei dieser Kacke immer dahin Wo, ist, wo man da, weil eigentlich gar nicht hin will Nämlich da, wo so beschissen knapp wird Ich hätte, glaube ich, gerade zum Beispiel einfach noch stehen bleiben können Also eben, gerade So, jetzt hier hoch, jetzt hier hoch, da hoch, da hoch Zack, 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 boom In der Face Da, 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 da Und da kommt sofort einer Genau Ich meine dich Nein, na, oh Na, was hat denn da? Spring doch, du Arschgeige Scheiße Was war denn das schon wieder? Der bekifftet hat gesprungen Was denn? Ich hab den nicht gesehen Och Mann Ey Den konnte man noch gar nicht sehen Der war ja sozusagen versteckt hinter zwei anderen Don't worry Don't worry Be happy Nein So viel dazu So viel dazu Don't worry, be happy A soligon ist Spawning in your platform Ich weiß auch gar nicht, was ich da so anders gemacht habe Aber irgendwas werde ich wohl anders gemacht haben Ja Genau Hetzt mich halt Are you kidding me? Are you kidding me? Ja genau Ey Dreimal hintereinander Das ist ja wohl ein schlechter Scherz hier Oh, ich dachte gerade schon, ich wäre wieder am Short-Hop Jump vorweg, ey Dreimal hintereinander Hässlicher soligon Was hast du dir dabei gedacht? Was ich cool dagegen fand Was ich das dreimal hintereinander überlebt habe Aber Ähm Ne? Lucky luck is luck oder so Weiß nicht, muss ich jetzt Oh Ich weiß, ich bin gerade echt am überlegen Ob ich überhaupt nach oben will Und da habe ich zu lang überlegt Scheiße Ähm Oh Mann Muss ich den Scheiß schon wieder überleben Ich glaube irgendwie nicht, dass ich ein zweites Mal so viel Scheiße Was ist denn das? Spring doch, du kleiner Hurensohn, ey Ähm Ich meinte natürlich Spring doch Du nettes, kleines Kind Ähm Bang, bang Was hat mich getötet? Lieber Gott, hilf Jetzt tötet auch schon der unsichtbare Bobbel im Hintergrund, oder was? Äh Was? Tötet da Ich bin nicht mal ansatzweise in dem Gebiet da Aber ja Es tötet einfach nur Es ist ja so Zum Heulen Also wenn sowas passiert Dann fragt man sich schon Wofür mache ich eigentlich die erste Form Wenn ich die zweite sowieso nicht schaffe Weil sie halt den 90% der Fällen vom Arsch ist Nur um auf 10% zu hoffen Dann doch irgendwie nochmal halbiert werden Oder soll Solche Scherze Ich weiß es ja nicht Ehrlich Oh, ja Oh, skill So, ähm Scheiße Na, ich laber was von skill und dann spreche Ah, scheiße Nein Äh, das ist peinlich Das ist peinlich Ah Und ich könnte jetzt mal ganz skillhaft hier mal nicht sterben Dankeschön Ähm Scheiße Da komm ich jetzt immer noch nicht drüber hin Schaffe ich das Nein Nein, böser Doppelsprung Böser Doppel Oh Gott Oh, die sterben, Arschloch So Ähm Dritte Form Wie kennt du es? Kechura Tempochen Oder wie es sagt Da was er sagt Ich weiß noch nicht mal was er sagt Hast du gedacht? Oh, dankeschön Oh, dankeschön Na, dankeschön Ganz viel Hunger hat der böse, böse Licht hopes nicht, springt schon mal hin Wow, wow, wow Jawohl Die Signale, du kannst mich mal So Dann machen wir einen auch Wir springen von einer Plattform von der Anson und wir kommen weil sonst was so viel spaß macht weil es macht das spaß das ding ist das darstellen soll es kommt wieder meine lieblings übung die ich so gar nicht kann das war das wo ich das letzte mal dran direkt und ich war echt schon wieder dran des lebens es ist ja so zum heulen scheiß tolle gründen stinkst nein was ist das nicht was wenn da so zwei dinger beschissen vor hängen und dann auf einmal da denke ich immer die spalten sich aber ich sehe es einfach nicht ich weiß nicht gibt es eigentlich auch menschen die das gezielt machen ihn gezielt mit diesen dingern abtreffen wollen gibt es solche ja wird mich ja mal interessieren wenn ihr das was ist das denn umsprünglich denn also wenn wer wenn das einer macht wird mich mal interessieren weil ich kann das definitiv nicht das ist dann doch die stufe zu hoch was gravitation für den arsch ich dachte fällt dann auch irgendwann mal und dann schwebt er dann auch so zwei stunden in der luft hey holy shit aber jetzt kommt das hart auf hart wenn dann richtig mal nach vorne wenn dann richtig schweißer lucky skill eh nein warum fliegt er denn so weit nach unten was hat denn der gesoffener scheiße schweißer lucky luck ist lucky ich habe mich schon wieder tot gesehen um ehrlich zu sein ist kürrier leicht lateinisch verteidigt was sind das denn das ist ja gar nicht viel nur so zwei zwei von den zwei von den dingern wo kann der denn schon wieder her so hin und wieder kommst du dir da leicht verarscht vor gleich spontan war das klar oder war das klar weil sowas von klar war dass ich meine ist doch nicht direkt in mir gespawne aber zwei zentimeter weiter unten und wer in mir gespawne ja wie lange soll ich den scheiß jetzt hier noch machen dankeschön also das ist neu jetzt explodiere ich auch schon einfach so ja das ist ja das ist das ist shit oh mein gott neu dass das ist auch immer noch so eine sache diese kleinen dämmischen funken wo man dann wieder so einen millimeter platz hat um den ganzen scheiß auszuweichen das ist nicht schön mal das wenig oder das weniger weil es erscheint bestimmt jetzt auch so ja naja klar dass hier noch welche erscheinen auch noch alle auf einem fleck warum gehst du nicht runter du kleiner hässlicher ruhig bleiben ruhig bleiben aber ich hätte manchmal diese plattform sind auch so hässlich verpackt anstatt der kleine wichser mal runter geht nein er bleibt natürlich bleibt bis die sonne sinkt verleiter ist in dem raum keine sonne mehr die haben wir alle unten gelassen das heißt die sinken das heißt er wird immer auf der plattform stehen bleiben schalala wort leck er war fucking lecks das trägt auch ich habe jetzt gerade geschnitten wobei eigentlich leckt er nicht wenn er dann verschneidet also manchen spielen heute war nicht nein das werden wir bitte nicht dahein den jedem den themverleten dare them them damn them 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 they der Däden der Däden der Däden der Nähnen der Nähnen Nönen 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 ja ich mag das das ist wirklich gerne Tetris ist cool als das hier definitiv dumm dass man es zum Let's Play und sowas von gar nicht gebrauchen kann aber ich mag Tetris meine krasse nicht vorhandene Button Smashing Künste erlauben es mir das hier 10.000 mal machen zu filmen so ähm ah ist das nicht schön die zweite Form erreiche ich relativ häufig aber diese sterbe ich verreck ich recht häufig leider zeiten von euch irgendwie mal sowas wie so ein Ratgeber oder so Ratgeber für schlimme Momente so wie das hier also finde ich ganz cool wird sowas geben aber vielleicht kann ich ja mal irgendwie die tupen weichen tupen von der seitenstraße aber könnte ich vielleicht mal nach wo da steht ein doppelsprung scheiße da hatte ich noch das hat mir das Leben gegeben auch Leben geben ach das reint sich ja schon wieder was kann ich geil rein Kyrie Tetris Musik ist viel cooler da da äh ich mag Tetris viel dir lieber würdest du dann vielleicht mal verrecken in diesem Leben noch ja machst du das für mich bitte dann halt nicht dann jetzt aber in der nächsten komm in der nächsten schaffst du das auch zu verrecken mein Freund ich will es ja nicht beschreiben aber der vor mir wenn er den kack da macht bin ich schon ewig hier dran gestorben was und er will auch nicht explodieren ne oooohh mann kriegt der mich noch ey Gravitation für'n Arsch lernt fallen so mann 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 wir das bin kläglich Goele Dr immer wieder das sagt neces Parkens 생각을 rix lauverreمة n schenk it ist n n n n natives im und durch das Wort runtergefallen die Musik passt eigentlich das ist so so epic epic abspannen sozusagen naja abspannen das heißt abspannen aber abspann vom spiel halten ist ein bisschen da trifft fast jede beschissene kugel und der verreckt ich wollte ich gerade sagen aber dann ist er doch direkt ich bin ja nicht mag doch ich mag spiele eigentlich ich mag ich bin sogar sehr also ich war mal ich habe hier mal spinnen gesammelt und die dann in einen in einen Bottich gesetzt und dann haben sie sich gegenseitig aufgefressen das war dann nein das war fähig das war dann nicht mehr so schön aber verlohn mag ich bin ich wollte den spinnen auch nur nett sein und sie vermehren und dann haben sie sich gegenseitig gefressen das kann ich dafür dass das zwei menschen waren menschen und ich glaube dass das mir fährt irgendwie weiblich leck stammt nein ich will nicht nein und dann verreckt ich daran nein und ich verreckt tatsächlich wieder dran das aus dort der kleiner Bastard oder gefickter groß was tötet denn da hat die Ulan da hast du deinen Stachel ausbauen lassen oder was und wie du wieder aussiehst mit den gelben haaren volle fresse scheiße boah was sieht der scheiße aus und da räumt er mich wieder ab was soll denn der herr misst schalalala sonic du stinkst nein auch er trifft die plattform nicht wie doof ist das denn er wieder trifft er die hässliche plattform nicht oh manu was es tötet dann ne manu ne ich hab keinen bock mehr hier machen wir schluss